Hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zu einem kleinen Infovideo. Ihr kennt die ganze Schose, ich kündige heute einen neuen Livestream an. Eigentlich so neu ist der gar nicht, aber ich will es trotzdem nochmal sagen, damit es wirklich jeder gehört hat. Am Mittwoch, den 21.11. starte ich eine weitere Runde Community Livestream mit Call of Duty Black Ops 2. Sprich, ich werde eine Runde oder eigentlich mehrere Runden Black Ops 2 mit euch zusammen zocken. Das Ganze startet wie gewohnt um 21 Uhr auf live.hiduga.de und wird nun auch jede Woche stattfinden. Jeden Mittwoch ab 21 Uhr Call of Duty Black Ops 2 im Livestream Multiplayer Action. Ja, nun wird sich der ein oder andere fragen, was jetzt aus Battlefield 3 geworden ist. Wie bereits im letzten Livestream erwähnt, ist ja mein Account gehackt worden und ich habe ihn immer noch nicht zurück. Und außerdem muss ich auch leider sagen, dass mir Black Ops 2 verdammt viel Spaß macht und auch mehr Spaß macht, als mir Battlefield 3 Spaß gemacht hat. Was nicht heißt, dass Battlefield 3 schlecht ist, aber ich zocke halt lieber Black Ops 2. Und deswegen macht es für mich auch mehr Sinn, dann lieber einen Black Ops 2 Livestream zu machen. Ja, ich habe ja auch schon gesehen im letzten Stream anhand der Zuschauerzahlen, dass da auch einiges mehr gekommen ist. Ihr zockt halt auch lieber COD. Deswegen passt das ja eigentlich gut. Das heißt natürlich nicht, dass es nie wieder Battlefield 3 geben wird. Aber in der nächsten Zeit wird der Mittwochs Livestream erstmal in Black Ops 2 umgewandelt. Also Black Ops 2 habe ich jetzt schon genug gesagt. Ich sage es gleich noch zweimal. Mittwoch 21 Uhr live.yuga.de Black Ops 2 Community zocken. Jeder kann mitspielen. Jeder kann mitmachen. Dafür müsst ihr einfach nur meiner Steven-Gruppe beitreten. Den Link dahin findet ihr unten in der Beschreibung. Und ansonsten checkt einfach immer Twitter und Facebook. Da bekommt ihr die aktuellsten Infos. Da bekommt ihr auch nochmal einen Link zum Streamen. Und genau gesagt, wann es losgeht und so weiter. Pipapo. In diesem Sinne, bis Mittwochabend. Ich freue mich schon tierisch. Ich hoffe, ihr euch auch. Bis dahin. Gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.